Junge, wie hässlich sieht denn Minecraft aus? Was ist das für ein hässliches Spiel? Holy shit! Ist halt Legitär wie die Targen, Alter! Kommen die, oder was? Hast du Bett mal hier mit Eisenslöcken oder irgendwas? Nö, ich hab mit Kisten, kannst aber vorne noch zubauen. Junge, unser Bett ist auch gerade am strugglen, oder? Unser Bett? Wieso unser Bett? Na, du bist ja da. Kein Ding. Hä? Wieso unser Bett? Was ist das bitte für ein Eisenblock von dir? Hä? Ach, da ist ja wirklich einer oder was? Nee, hä? Was denn? Nee, beim Bett? Was soll ein Eisenblock da bringen? Junge, lass, das ist Ablenkung. Für uns ist doch einer. Da! Ja, Digga, ich stehe ja auch am Bett wie eine Eins. Breiter als die Türsteher. Junge, schau ihn dir an. Ich hab nur ne Fis. Mann, da! Du bist echt der Schlechtste Maid, Mann! Nee, brauchst du dich auch! Junge, wie zerstört ein Fischer! Was ein Hund! Mach was, wenn die versteckte Kiste ist an deinem Golf. Wo? Wie ist da wirklich versteckt, Alter? Ja, die sind ja nicht, deswegen ist die ja auch versteckt. Mann, ich weiß nicht. Hast du nicht zwischen dich auch mal Facecam gemacht? Ja, ich hab mehrmals Facecam gemacht. Alter, da waren das mal nur 20 Zuschauer weniger, oder? Von 29. Na kommt einer! Das war ein Systernaz! Das Game ist für mich hier geschrieben. Vollig, wie du so los schreist. Ah, kommt einer! Alter, das Game ist mein Leben! Was willst du eigentlich? Äh, Kevin? Ja? Was hältst du von, äh, helfen? Nee, nee, hab grad mit Grün zu kämpfen. Junge, du stehst in der Mitte rum, ins Laber keinen Scheiß! Ja, ich komme! Ganz ruhig, Dark! Kotti is coming! Oh, Junge, der Typ, der... Der le... Junge! Er schlägt mich! Was ist denn das hier? Er schlägt mich halt mit Knockbacks, die gesippt... Okay. Ich frag gar nicht. Superbett ab! Oder machst du? Ich bin schon dabei! Ja, Diggi, ich bin voll am strugglen! Ich hab ein halbes Herz! Und ich... Darf man's machen? Ähm... Ja, darf man, aber ich hab keine... Steinpicker, hast du Steinpicker? Nein, aber ich hab ne halbes... Es war so klar, man! Hä? Wie du bist tot? Hä? Unser Bett wurde doch abgebaut, da konnte ich niemals was für! Vor allen Dingen... Ich bagge halt einfach irgendwo drinnen fest! Ich sollte dich doch... Dir doch helfen! Ja, aber... Ja... Gut, wir müssen noch ein bisschen am Team arbeiten... Hä? Wie? Die kommen raus! Hä? Wir sind einfach das erste Team, das tot ist, ne? Ich glaub, das sollte uns zu denken geben! Hä? Ja... Ja... Vielleicht... Ich bin raus! Ich bin... Ich bin... Am strugglen! Lol, nur noch zwei! Lol, lol, lol! Das... Ja, krass, Runde! Alle lieben vor uns, weil sie Angst haben, Alter! Schreiben erst in den Chat! Kotti, Kotti! Hi! Hi! 17k, lol! Guck mal, die sind voll am schwitzen! Hier, jetzt schwitz mal ein bisschen mit! Kevin! Ja, sorry! Okay, okay, danke, okay! Jetzt mach! Mach! Ja, ja, ja! Ja, ich... Ich struggle grad beim Kopf! Ja, die... Also, okay, okay, okay! Ah, nein! Scheiße, Dark! Nein! Nein! Oh, ich bin Mitte! Bin Mitte, alles safe, Mitte safe, alles safe! Soll man das noch so? Ja, okay, okay, erstmal Gold save! Ja, okay, lassen wir uns schützen, ja! Wir haben ja Zeit! Alle Zeit der Welt, es ist nur ein Team! Es ist nicht schwer, wir können das gewinnen, Dark! Alles gut! Die Welt ist... Die Welt ist zwar klein, aber wir sind größer! Hast du noch so gutes Aim wie damals? Ich baue dir auch deine Dark AD Base! Mit... Mann, Dark! Ogen, was willst du, Alter? Ich fick hier alle alleine! Amunakoy! Ah, 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 amunakoy! Ah! Ich hab... Ah, ah, ah! Sag mir mit Haar! Er läuft da von alleine runter! Ich will den Kill! Gib mir Kill! Mann! Spacken! GG! Hashtag Dark! Hallo? Hashtag Dark! Ah, nee! Hashtag Dark! Ah, nee! Ist egal keine meine Runde! Aber gar keine! Willst du mal deinen Hashtag da für dich hast? Bei mir ist ja einmal Team Türki! Sooo! Bei mir ist ja einmal Team Türki! Ach, das ist ein Supreme! Was ist das denn? Ora... Hä? Frage an gomma.d.net Warum sind drei in Team Blau? Erstmal fett, das Gold am Sto... Ach, ich geh sterben, machs gut! Alter! Ja, Alter! Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Brrrr! 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 Bin da! Bin da! Bin da! Cotty carried! Cotty carried! Junge, ich hab die carried! Wär ich nicht hier! Ja, Junge, wärst du nicht da mit deinen 2 FPS... Ja, hab ich ihn getötet oder du, hä? Ja, da ist halt dann nämlich nichts mehr! Ist jemand in der Mitte? Hast du ihn mit Eisenblöcken zugebaut? Nee, aber da ist jemand in der Mitte... ...und der, der kämpft da... ...in der Mitte mit nem Schwert... ...aber den... ...muss hier erstmal fett schwitzen... Oh lol, wir werden angegriffen! Das ist nicht gut! Ja, ich baue gerade ab! Easy! Junge! Da kommt, da kommt irgendeine Farbe... Ja, der holt dir! Äh, den holst du... Äh, was? Ist nur noch einer! Ich gönn dir den Kill! Machst du eh nicht! Hä, fall nicht! Der spawnt halt nicht mal! Warte! Du bist so ein Hund! Wie er sich sicher wiegt! Vor dem spawnenden Steve steht und wartet! Wegschwitzen! Äh, äh, äh! Geht nicht! Äh! 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 Geht nicht! Äh! Da kommt Kelp noch zu dir von hinten! Die haben schon den Bogen... Bist du... Komplette... Nein, nein, nein! Wow! Dem regt mich schon wieder aus! Achtung, Bogen! Ah! 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 Ich bin fünf Jahre hier! Hier! Und dort erst mal das Bett mit 30 Stacks Bronze zu! Nein! Kannst... Kannst du mal... Hier hart am... Treuhaden und so weiter... Bin tot, Mann! Bin tot! Porte dich mal! Der ist halt bei dir oben da! Porte dich mal! Junge, ich hab kein Eisen... Hallo! Porte dich mal! Ja, ich hab doch kein Port! Jetzt geh dich vergraben, Alter! Junge, er hat mich eingebaut! Du bist jetzt nicht erst auf Dauer versto... Ach, Mann! Die kommen beide! Mit Bogen! Ja, Digga! Ich soll doch kommen! Ja, du sollst nicht runterspringen! Du solltest nicht porten! Hab ich auch... Ich hab das versucht optimal zu lösen, aber es hat nicht so ganz geklappt! Hey, der ist unten! Mit Schwert! Junge! Meine Scheiße! Was machst denn du? Hey, wo spawne ich? Junge! Der... Der leckt halt hier zur Scheiße! Hast du krass? Das leckt halt! Junge, ich spaw halt im Bedrock! Wollt das Bett dieses mal ein bisschen besser ist... Oder mach mal, dass wir oben spawnen! Ja! Pfff! Nix! Ja, gib mal Blöcke! Ich hab vier Gold! Diesmal sind wir die Leute, die einen Bogen haben! Warte! Ich geb die runter! Da! Fliegt runter! Ja, super! Ins nichts geworfen, Alter! Du kannst noch nichts! Echt? Ach, Mann! Nein! Wir haben den Biss! Wir haben den Biss! Äh... Ja! 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 gegen Goku rein! Ja! Ging noch Goku rein! Niko! Ja! Und soll der dann schnupfen oder ist der ein bisschen am... Nee, alles gut, alles gut. Auf geht's, da, Schwitzen, komm! Nicht am Handy hängen oder irgendetwas anderes machen, auf geht's, komm! Ich hab nur noch PS... Juck mich nicht, bau jetzt, Alter! Wie ist es eigentlich so, als Ex-BW-Legende, wie lebt es sich so im echten Leben? Kriegt man da bessere Jobangebote oder so? Junge, ich bin, ich bin... Fader im Gerten. Aaaaah! Ich kann richtig sterben, ich sterb dich, ich sterb dich! Jaaaaah! Junge, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Immer mit der Ruhe auf der Palme. Bin hier schon, bin hier schon gut dabei. Jetzt hör ich auf rein zu checken. Hahahaha! Da ist aber runtergefallen. Das ist aber runtergefallen, Legende! Jörg mal, was suchst du hier eigentlich, Nico? Also... Du kämpfst hier gerade gegen zwei Badwars-Legenden. Gegen Ghostboy-Unterstrich-Unterstrich... Und gegen... ... 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 Was ist denn? Du hast noch nie in deinem Leben was gebummst, nein, Gudan. Bam, Junge! GG! Wir sind gut! Ich bin Traitor. Junge, musst du dich eigentlich mal bei allen unbeliebt machen? Gönne den Typen an, der macht dich unbeliebt! Tadam! 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 Hey, mein Fall, gib mal mein Fall wieder. Okay, sorry, sorry, hier, da bitte. Hm, hm, mein Fall! Lass ihn testen! Tester, sonst kill, wo ist denn der Tester? Ach da, da ist Tester. Wo? Da ist Tester! Junge, du bist Traitor, oder? Joa, ich bin Traitor, Alter! Dann ist eindeutig, wer der Letzte ist, lol. Ja, du. Ne, der WWWZ-Typ. Lo, oder auch nicht. Ja, dann ist das der. GG. Stats der Runde, Karma 0, Kill 0, Taste 0. Da, Dark! Nein. Dark! Was ist denn? Nix. Dark! Nein. Village, geil. Dark! Ja! Bist du noch da? Halt's Maul. Ey, sag mal. Ist dein Mikrofon irgendwie gecrashed oder so? Du redest nicht mehr. Ist dein Leben irgendwie gecrashed oder so? Da, klar. Nix mehr. Da sag ich da nix mehr. Bei den guten Beleidigungen, die da kommen. Hörst du mich? Doch. Ich riech. 出来 halt nicht. Und schreibt halt hier irgendeine scheisse, halt. Sollen wir bei dir auch anderes machen, Alter? Du bist scheiße. Dark? Jetzt heils Maul! Jaaa, ich bin so eine Legende! Ach ne, warte mal, die hatten bloß Ansternblöcke. Bitte stirb einfach, die lassen mir noch einen Kill. Dankeschön. Ach, viel Kill. Komm, weil die Runde so schnell gehen, noch eine Ehrenrunde für den Dark. Ja, noch eine Ehrenrunde für den kleinen Kotti HD. Komm, dein Rustic Map bekommst du. Yo, Rustic, nice. Kennt man eigentlich irgendwas von den Spacken hier vorne? Nein, nein. Nein, nein, die kennt man alle nicht. Außer vielleicht Rocky, den kennst du vielleicht noch. Nein, nein, nein. Teddy, wuh, Luma. LFD, äh, LSD. LFD. Krass, wieso hat der denn BW gesucht? War der nicht CW-Spieler? LSD-Flix. Handy? Handy ist auch noch mit dabei. Schulex ist auch noch. Hä, wo? Was? Äh, ist nicht mehr. Er war einmal kurz wieder aktiv, also hatte den Account wir ihm anders gegeben. Damit er in der Top bleibt, aber hat auch nicht so ganz funktioniert. Gelb kommt, Gelb kommt. Quatsch. Ja, ist witzig, Alter, ich hab vier Gold, Mann, ich soll aufpassen. Ja, du hast keine vier Gold, jetzt ist wirklich keinen Scheiß. Ja, jetzt hab ich auch nicht mehr vier Gold, das ist richtig. Blau kommt. Quatsch, ja, hast recht. Nein! Scheiß, mein Walter. Lass mal zum Eisenschwitzen, lass zum Eisenschwitzen. Statt, dass du halt ne Wand hinter uns ziehst, machst du so ne Scheiß. Statt, dass du ne Wand hinter uns baust, baust du sowas. Ich versuche mal in die Mitte zu gehen. Ob das klappt, weiß ich nicht. So. Oh, jo, meine Maus ist... Achtung, Achtung! Ja, meine Maus! Oh, da ist so viel Gold, Alter, ich muss mal einfach mal schnell hingehen. Ja, mach das. Du hast so nen Porter, porte dich einfach dran. Jo, jo. Jo, da brauchen wir uns erstmal Eisenschwitzen. Eisenschwitzen ist vielleicht sinnvoller, wa? Jo, mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal. Mach dir gleich eins mit, weil ich so ein sozialer Dude bin. Äh, Blau ist unten in der Mitte. Das ist natürlich stark. Brauchst du Hilfe? Ob ich Hilfe brauche? Haha, ich brauch Hilfe. Haha, ich hab mein Schwert weggeworfen. Shit! Der darf das Gold nicht saven, ne? Ich hab das rausgenommen. Ja, ich versuch den mal zu holen, weil der hat kein Eisenschwert. Äh, chill mal lieber. Stimmt, der drückt ja so. Schreibst du mit dem, woran... Ich schreib überhaupt nicht. Achso, das ist lang jetzt so. Für seine Razor im Anschlag. Ich mein, ich hätt mir auch ne EP machen können, aber hm. Mitte down. LOL! Okay, ich hol mir meinen Bogen wieder. Äh, kommst du dann wieder, oder? Jo, ich komm grad. Bei dir Sensej jetzt. Bin auf'm- bin auf'm Weg. Auf'm Weg der Besserung. I-beams! Halloaa, laa-laa-laa-laa-laa! Der zifft auch. Ha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Der respawn hat nicht mehr. Das darf man nicht. Okay, sorry. Machst du jetzt mein Hinne bitte? Nein! Nein, nein nein nein! Ey, wer? ja dann jetzt abschließende worte der aufnahme sagen also dax der beste abonniert ihn auf youtube zerstört sein real life und 300 likes für dark hd comeback okay wir machen das dann anders nochmal dann gibt es teil zwei mit dark hd nehmen wir das jetzt teil 1 oder was das hier wird teil 1 alter das wird ja das alles wird teil 1 das schneide ich alles schön zusammen ja natürlich hä ich mein's ernst okay mach's gut bis dann tschau tschau irgendwann oder nicht ja doch klar schreibt schreibt whatsapp twitter tiie ich hab dich leih hey hey au te weis gettet from your channel ouch